Inken Isabel Beken ist eine deutsche Fußballspielerin, welche seit 2011 für Tennis Borussia Berlin aufläuft. Werdegang Inken Beken begann 1985 beim Berliner SV 92 mit dem Fußballspielen. Über die Stationen Hertha Zehlendorf, SC Siemens Stadt und Tennis Borussia Berlin kam die Abwehrspielerin 2003 zum 1. FFC Turbine Potsdam Schon bei Tennis Borussia Berlin spielte Beken in der Bundesliga, erlebte dort den Aufstieg in diese, aber auch den Abstieg mit. Die größten Erfolge konnte die Polizeibeamtin seit ihrem Wechsel nach Potsdam feiern. Mit Turbine wurde sie zweimal deutsche Meisterin, dreimal Pokalsiegerin und 2005 UEFA Women's Cup Siegerin. 2007 wechselte Beken wieder zu Thebe Berlin, wo sie nach der Saison 2007-08 ihre Karriere aus gesundheitlichen Gründen vorerst beendete. Zur Saison 2011-12 trat sie jedoch wieder für Thebe in der Regionalliga an. Beken spielte für die U16 und U21 Nationalmannschaft und seit 1997 für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen, mit der sie 1997 Europameisterin wurde. Erfolge 5. 9. 10. 12. 12.